Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kommt her, ich bin her! Kommt her, ich bin her! Wer zum Teufel hat er geschossen? Kommt her, ich bin her! Du Sau, du bist dran! Kommt und helft mir! Kommt her, ich bin her! 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 Das ist er! Der Typ, von dem ich dir erzählt habe! Tut mir leid, Sir. Aber hier ist ein Verbrechen geschehen und wir müssen sie überprüfen. Das ist nur Routine. Danke. Alles in Ordnung. Das ist ein Verbrechen. Hallo. Und, wie geht's dir denn heute? Ich komme gerade aus dem Knast. Das ist ja entzückend. Aber dafür haben wir keine Zeit, Tommy. Du musst einen Mann im Works Quarter abholen. Aber schnell! Die Bullen sind hinter ihm hier und er weiß es nicht einmal. Wo? Da läuft sonst kein Mensch im Anzug rum. Also wirst du ihn ohne Probleme erkennen können. Aber beeil dich! Wenn ihn die Bullen schnappen, ist er geliefert. Bring ihn her! Okay, schon unterwegs. Aber das mit dem Knast war kein Witz. Wo ist das? Und wir arbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017